Hallo und herzlich willkommen aus Berlin-Mitte. Wir sitzen immer noch im Atelier Kakao und wir machen das, weil wir haben hier sehr zufällig zwei Whiskys entdeckt und wir haben den ersten haben wir vorhin schon hier verkostet. Ihr könnt da mal unten das Video gucken. Der Jay hat eine nette Slapstick-Einlage auch geboten. Da lohnt es sich einfach mal hinzugucken. Und wir haben als nächstes Whisky verkostet, wie hier sehr improvisiert, wie man auch an den Gläsern sieht, einen Van Roamash, einen Organic Whisky und wir fangen mit dem üblichen Prozedere an. Wir gehen was ein, mit Nosing, zum Tasting über und erzählen euch dann ein bisschen dabei, was wir von diesem Whisky so wahrnehmen. Das schliert schön. Also erstmal ganz natürliche Farbe, non-chill-filtered, muss man dazu sagen. Und ein ganz ganz helles Bernstein, kippt nicht nach Weißwein rüber und wie gesagt ein schönes Schlierenbild. Ein sehr schönes, feines, filigranes Schlierenbild. Ganz breit, ja. Der erste Eindruck in der Nase ist recht fruchtig. Mit einem Hauch. Zarter Rauch. Zarter Rauch. Ja, aber auch eine leichte Pfeffrigkeit. Eine angenehme Süße. Also eine gewisse prägnante Note, sag ich mal. Also nicht so beliebig. Oder? Da steht auch noch was unten, so unterschwellig rum. Ja, schöne würzige Obernote. Und auch, also der hat 43 Kolumenprozent und ist so gar nicht alkoholisch in der Nase. Und der Rüssel fasst auch ganz rein. Ich sag noch mal, guck das Video von vorher noch mal, dann wisst ihr, was ich meine. Stimmt. Ja, die Wurzigkeit, Pfeffrigkeit ist schon sehr prägnant. Also der macht erstmal einen vielfältigen Eindruck in der Nase. Ich bin da ganz gespannt drauf. Getoastete Fässer einfach, die sind Virgin Oak Casks, also jungfräuliche amerikanische Eichenfässer. Das heißt, sehr viel Aroma aus dem Holz. Ja. Schauen wir mal. Oder schmecken wir mal, so muss das heißen. Ja. Vielleicht ist der Lipp. Aha, das klingt. Pfeffrig. Bitte, geh einfach durch, Klaus. Lass dich nicht von uns stören. Ich komme gleich wieder. Ja, du darfst gerne freundlich grüßen. Schärfe. Der Klaus macht uns das hier übrigens möglich. Klaus, bin ich nochmal um. Hallo. Vielen Dank. Ja, der Handel ist, läuft ja doch. Ja, der ist der Hüter, der ist der Kakao. Okay. Du kannst weitermachen. Wir lassen dich auch wieder rein. Also eine ganz deutliche Schärfe von einer Zunge. Genau, dabei schlingen wir. Astringenz. Sofort Astringenz, sofort Schärfe. Ganz leicht, die Rauslichkeit. Und liegt dann aber süß im Mund. Ja, aber auch irgendwie, ich weiß ja gar nicht so. Hinten, hinten nach kommt die Süße. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, fruchtig irgendwie, komme ich da so, ja, so zwischen irgendwie, Obstgarten irgendwie so oder Wiese. Auch malzige Note. Ja, malzig auch. Also die fruchtigen Anteile finde ich ganz schwer zu benennen. Also die sind eindeutig da, aber mir fällt es wirklich schwer zu sagen, wo es eigentlich geht. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt fruchtig ist oder ob es mehr so Richtung Wiese oder sowas wird. Also irgendwo das ist so. Es ist leichtes Speyside-Aroma einfach so, dieses leicht florale, Kräuter, herbale, also, ja, man kann es nicht so genau definieren, aber. Aber, also es ist ja erstaunlich, was man mit zwei Leuten in der kleinsten Destille von Speyside so auf die Beine stellt. Ja. Wollen wir das? Wollen wir was da rein? Ja, hatte ich gerade schon gesagt, ist von einer ganz kleinen Destille, eigentlich die kleinste Destille der Speyside, wird tatsächlich nur von zwei Personen betrieben. Und da steckt, ich weiß noch, aus Erfahrung und eigener Anschauung, da steckt sehr viel Arbeit drin und die beiden haben echt ein einfaches Leben. Da muss man wirklich auch Draht sein, um das auf der Reihe zu kriegen. Dann noch ein schöner Bio-Whiskel. Also ist auch zertifiziert als Organic. Wir haben den ganzen... Laufen Sie ganz schnell, die Schlieren, ganz schnell laufen Sie runter. Wir haben den ganzen Prozess darauf abgestellt. Wir haben ihn zerlegt quasi. Ich wollte sagen, wir haben... Ganz gut. Du wolltest es sagen, Entschuldigung. Nee, ich will nichts mehr sagen. Also, die haben den ganzen Produktionsprozess auf diese Zertifizierung abgestellt, dass sie den Organic nennen dürfen. Jetzt kommt ja auch viel mehr zum Tragen mit dem Füchzenwasser. Wobei, ich habe noch sehr viel Malz. Ja, Malz ist da, aber ich glaube, es geht mehr in Richtung Fruchtigkeit. Ich bin fruchtig und Süße. Ja. Entschuldigung. Flüssig. 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 Glikose? Mmh. 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 Birne? Nee. Ja, eher. Ja, eher. Eher. Eher Birne, würde ich sagen. Das Streuobst fällt irgendwie. Wiese. Also, schon komplexe Nummer. Ja. 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 Das zerschlägt auf der Zunge würde ich fast sagen. Ja. 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 Ja, der hat den Schlüssel. Wer kann das. Wer kann das. Wer hat Hausrecht. Das wäre ja bescheuert. Ja. Fast schon ein Taubheitsgefühl auf der Zunge. Ja. So ein leichtes Abgang. Ja. Also wir haben es den Gänseberg erhalten. Ganz unten kommt wieder was. Aber ansonsten. Also Abgang ist ja relativ rasch. Ja, war vor aber auch schon. Ja, ja. War nicht so. Aber wenn wir nicht drüber reden, liegt dann ein Riegelkeller dran. Also. Definitiv ohne Wasser. Ja. Auf jeden Fall. Wird so eichig. Ja. So als Pintessenz nach Hause. Mhm. Das sollte ich. Ja. Jo. Top. Bisschen mal ein bisschen mehr darüber. Schauen wir mal, wie sich. Wir würden gerne mit dir trinken. Aber wie das so ist. Ja. Der Schwabischbar. Das ist wohl so. Das war ein schönes Schlusswort. Und ihr kennt ja Whisky-Sparen. Wo du sagst Sparen. Nicht am Whisky-Sparen, sondern für Whisky-Sparen. Ja, okay. Das war's aus Berlin-Mitte aus dem Atelier Kakao. Nochmal herzlichen Dank an Klaus. Klaus leg doch bitte nochmal rum. Winke. Winke, winke. Dass wir hier bei dir sein durften. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wo wir uns dann wiederfinden werden. Tschö. 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 So. Kriege ich jetzt noch einen Schluck davon? Ohne Wasser?